Von Auftritten à la Barack Obama sind deutsche Politiker zwar noch weit entfernt, doch Plakate kleben und samstags vor dem Supermarkt um Wählerstimmen werben, reicht schon lange nicht mehr aus. Beispiel Frank Steffel, der Reinickendorfer CDU-Direktkandidat für den Bundestag, geht mit der Zeit. Aufwendig ist seine Internetseite gestaltet. Während des Wahlkampfs sind die täglichen Klicks kontinuierlich angestiegen. Also ich bin sehr sicher, dass wir über das Internet Menschen erreichen, die wir mit der klassischen Parteiveranstaltung nicht erreichen. Die wir vielleicht noch in Sportvereinen erreichen, wo ich mich sehr viel bewege, im ehrenamtlichen Bereich, wo sehr viele Menschen sich ja toll in die Gesellschaft einbringen. Aber wir erreichen natürlich über das Internet Bevölkerungsgruppen, die wahrscheinlich einen Großteil ihrer Zeit dort verbringen und deswegen weniger an anderen Stellen zu treffen sind. Das ist für Politik heute wahnsinnig wichtig. Und so wird der Online-Auftritt immer wichtiger. Jung, frisch, dynamisch sollen die Kandidaten wirken. Durch Filme können die Politiker ihr Bild nach außen beeinflussen. Mit Facebook ist der direkte Kontakt mit den Wählern möglich. Auch Björn Böning, der SPD-Direktkandidat für Friedrichshain-Kreuzberg, hat im Wahlkampf festgestellt, wie wichtig diese Austauschmöglichkeiten mit dem Wähler sind. Ich mache sehr positive Erfahrungen, weil gerade viele junge Leute sich mittlerweile nicht mehr über die klassischen Printmedien, über den Wahlkampf informieren, sondern über die Homepages direkt und über die Blogs, die da stattfinden. Und das gibt viel Kommunikation mit den Wählerinnen und Wählern, die viel direkter ist als über die Zeitung. Das war beim letzten Bundestagswahlkampf noch ganz anders. Das Internet spielte eine untergeordnete Rolle. Das hat sich grundsätzlich geändert. Trotzdem gibt es für die Kandidaten einiges zu beachten, rät der Internet-Experte Stefan Gerke. Es gibt sicher Gebiete, wo die Klientel, also die Wähler, nicht so internetaffin sind wie vielleicht in Friedrichshain-Kreuzberg, wo natürlich eher jüngere Leute wohnen, wo eher jüngere Leute wohnen, die auch im Internet sehr aktiv sind. Deswegen ist es sicher nachvollziehbar, dass jemand aus Reinickendorf, zum Beispiel Herr Steffel, vielleicht Mehrwert legt auf persönliche Begegnungen, auf die klassische Klingelwahlkampf. Und Björn Böning, der das sicher auch tut, aber auch sicher sehr aktiv sein soll im Netz. In Zukunft wird die Bedeutung des Internet-Wahlkampfs sogar noch ansteigen. Doch auch die Wähler sind gefragt, die Inhalte kritisch zu betrachten. Der Vorteil für die Politiker ist natürlich, dass sie die Medien da umgehen können. Sie haben den ganz direkten Kontakt zum Wähler. Sie können die Filme so auswählen und schneiden, wie sie das möchten. Sie können die Botschaften so rüberbringen, wie sie das möchten. Und da ist niemand zwischengeschaltet, aber natürlich dementsprechend auch keine kontrollierende Macht zwischengeschaltet. Dass die Wahlplakate bei der Vergangenheit angehören, ist allerdings zu bezweifeln. Vor Wahlen werden uns die Spitzenkandidaten trotz Internetauftritt sicherlich weiterhin anlächeln und um die Stimme bitten.